Einen wunderschönen und jüsen Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Willkommen zurück hier bei Turok Dinosaur Hunter! Das Remake, was jeder einmal gespielt haben muss. Und ich freue mich, endlich wieder weitermachen zu können. Bei mir sind, glaube ich, von der letzten Aufnahme zwei oder drei Stunden vergangen. Ich weiß es nicht mehr. Aber wir werden jetzt erstmal in Level 8 gehen, in das verlorene Land, um das endlich einmal zu sehen und zu spielen. So, wir erinnern uns, hier waren ganz viele von diesen Insekten. Und diese Musik ist so cool. Hi, Freunde! Na? Wollt ihr ein bisschen geschnitzelt werden? Ich habe hier noch ein Geschenk für euch. Wow! Der hat auch ein Geschenk für mich, wie ich sehe. Da ist doch noch einer. Oder? Ha! Toll! Ich wollte nicht... Was ist denn das da? Ist das eine Mumie? Ähm... Was bist du? Sind das Untote? Es sieht mir derbe danach aus. Wie komme ich jetzt wieder da hoch? Ohoho! Ach, da komme ich hoch. Das ist ja schön. Diese Musik ist so entspannt, ne? Gegenüber den anderen, die wir vorher hatten, finde ich die richtig schön. Weil es immer so ein bisschen zeigt, was Turok eigentlich so für Musik drauf hat. Das hat nicht geklappt. Nochmal. Boah, er strengt sich auch wieder an. Mein... Oh, das hat geklappt. Ähm... Hölzsaber! Boah. Es ging auch. Da unten ist wieder einer. Ich muss da aber auch nochmal hin. Jürzsaber! Jürzsaber! Okay. Das ist nicht so einfach. Ich glaube, auch da oben gibt es noch irgendwas. Da kann ich bestimmt auch hinspringen. Also quasi da rüber. Gut, er ist weg. Warum bin ich jetzt... Okay. Nicht erwischt. Hölzsaber! Alter, was ist denn das hier? Weißt du, das Springste. So, ein Magazin aufsammeln. Ich sollte einen anderen Weg nehmen. Warum juckt jetzt eigentlich meine Nase wieder? Wahrscheinlich muss ich jetzt, wie in jeder Aufnahme, während ich sie gerade gestartet habe, kurze Zeit später irgendwann richtig fett einen abniesen. Das war ja bis jetzt irgendwie... Ich glaube, bei jeder Aufnahmesession musste ich mindestens einmal ganz kräftig abniesen. So! Das hat geklappt. Oh! Oh! Krass! Was hat der da für eine coole Waffe? Die will ich haben? Was ist das da? Das ist die Alienwaffe. Okay, wenn wir sie jetzt noch nicht gehabt hätten, hätten wir sie da spätestens gekriegt. Die Alienwaffe ist ja nicht schlecht. Vielleicht... Okay, die brauchen zwei Schuss. Die sind auf jeden Fall etwas stärker, als die letzten... Ernsthaft? Ich hätte da hochkrabbeln können. Oh! Ist hier wer tot? Nö! Was sind das für komische Wesen? Wee! Okay. Schade, jetzt wird die Musik wieder so... Aufregend. Ich fand die Musik gerade da in der Höhle echt toll. Was ist das denn? Ein Raptor? Hat der ne... Der Raptor hat ne Knarre! Ich bin so froh, dass der weggeflogen ist. Aber jetzt wird's langsam echt skurril. Jeder Charakter hat fast ne Waffe jetzt. Wow! Alter, was? Ich hab mich grad voll verjagt. Ich glaub, das hat man nicht gesehen, ne? Das ist doch ne Pflanze, die mich fressen will. Verlierst du was? Dann bin ich. Alter! Hab ich mich grad erschrocken! Hat man bestimmt gar nicht gesehen. Okay. Gehen wir mal weiter hinein. Oh, da ist ein... Falle! Zack! Hier war ein Portal, was ich leider zu spät betreten habe. Aber wir kommen... Wir haben ja noch mehrere Chancen. Ist jetzt nicht die einzige. Hui! Okay, da beamt sich grad wieder wer hin. Was ist da? Ich nehm mal die Knarre. Sie juckt meinen Arm. Voll schlimm. Ich juckt das auch noch so komisch. So. Ho! Alter! Die ziehen echt viel ab. Wenn ich den nicht ausweiche. Ist der auch tot? Nein. Ja! Er ist weg. Hier gibt's Munition. Explosiv. Und da gibt's einen Knopf. Da komm ich nicht hoch. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Also müssen wir hier... Einmal hier durch und einmal durchs Portal. Oh nein! Aliens! Oh, dieses Geräusch, ne? Was ist denn hier kaputt? Oh, das ist doch noch ein bisschen... Schlimmer für mich. Na toll. Das hat getroffen. Da fährt ein Balken hoch. Ach so. Umso mehr Gegner ich hier besiege. Ah ja. Okay. Ich muss hier also alle besiegen. Okay, da ist niemand mehr. Diese Musik ist ein bisschen strange irgendwo. Aber ich wusste, dass wir jetzt diese komischen Insekten hier gegenüber treten müssen. Das war mir von Anfang an klar. Habe ich ja letztes Mal gesagt, dass das höchstwahrscheinlich dann der Insektenplaneten sein wird. Und, ähm... Es hat sich leider bestätigt, meine Vermutung. Hipsi! Hips! Und hips! Und hips! Und nochmal hips! Und hips! Und hips! Und hips! Und hips! Und hips! Boah! Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ach! Das war der Levelabschnitt? Ernsthaft? Boah, dieser Lichteffekt. Da ist aber irgendwer, glaube ich. Oder auch nicht. Was ist das für ein komisches Geräusch? Gehört das zur Musik? Volles Leben. Jetzt brauche ich es tatsächlich. Oh! Da war noch einer. Nee. Hä? Okay. Da sind Raketen. Jetzt ist meine Frage... Da! Die muss ich erst mal beleben, ja? Alter! Was bringt der Pflanze eigentlich, mich dann abzuschießen? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es eine Pflanze wäre, die wirklich fleischfressend wäre. Vier Raketen. Das bringt jeweils vier Raketen. Okay. Hä? Was war denn das gerade? Hä? Bin ich gerade echt durch den Balken durchgefallen? Äh, unverständlich manchmal. Das sind leider so kleinere Bugs, die es in dem Spiel gibt. Ich meine, sie sind noch zu ver... Also, zu verkraften. Kr-K-K-K-Kraften? Oh mein! Das kommt mir sowas von bekannt vor. Ähm. Wie kann ich denn den besiegen? Boah, ey! Ui! Das ist ein bisschen brutal. Wie der Dino dann einfach auf dem Typen... ...fällt. Ja, da unten ist ein Scheiter. Wenn ich den jetzt wieder nicht gesehen hätte, ne? Ui, ui, ui. Da werden ja wieder Sachen passiert. Was passiert, wenn ich drauf drücke? Hä? Was genau ist jetzt passiert? Hier bebt es. Hä? Ah, das ist hier runtergefahren. Hier ist bestimmt irgendein geheimnis Geheimnis. Mist. Das hat nicht ganz funktioniert. Boah, wie viel denn noch? Wo? Da ist noch eins. Von diesen Insekten. Kommt da noch einer runtergesprungen? Ich glaube nicht. Oh, doch. Aua. Jetzt krabbeln die mir natürlich hinterher. Das ist das Problem. Tech-Rüstung. Das hat mir nur eine Tech-Rüstung gebracht. Ich geh mal ganz schnell weg. Okay, der hält... Der hält ein bisschen viel aus. Ich glaube, Granate. Die Granate ist sowas von mächtig. Da musst du wirklich nur eine Granate richtig treffen lassen. Und dann sind die schon tot. Wow. Ich glaube, der auch. Ähm. Oh. Wie viel hält der aus? Okay, das ist der einzige, der ein bisschen mehr aushält. Das ist der einzige, der ein bisschen mehr aushält. Okay. Okay. Das kommt da hinten hier an. Oh. Okay, ich spring da mal lieber runter. Holla die, Waldfee. Dann bricht hier einfach mal die Hälfte zusammen. Hä? Okay, ich wäre hier so oder so hingekommen. Was ist denn das hier furchtbares? Was ist das da? Da ist irgendwas Neues. Hüse! Fusionskanone? Ich weiß, was das für ein Teil ist. Das ist... Uh, das ist böse. Das ist mega böse. Hoho. Das wird ein schönes... Das ist ein schönes Spielzeug. Ich kann mich noch erinnern an die Waffe. Leider hat sie immer so wenig Schuss. Hier kann ich sie zum Beispiel gebrauchen. Ähm, Feuer! Alle tot. Ha! So, gefällt mir das. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Was? Hoho! Bist du denn irre? Ähm, okay. Ich wollte auch nur Mutti besuchen. Okay. Es hat schon mal geklappt. Ich bin da irgendwie durchgekommen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich bin... Ich hab's irgendwie geschafft. Äh. Hoch. Da geht's irgendwie weiter. Ich bin gerade verblüfft, dass das mal ein bisschen... Größer wird. Und ich bin Terra. Äh. Wie komm ich jetzt hier raus? Ich muss wieder zurücklaufen? Das war's? Es war einfach nur eine Arena? Okay. Von mir aus ist es einfach mal eine Arena. Was war das denn? Okay, da brüllt ein Löwe. Warum auch immer. Schachtel-Explosiv-Munition. Wie komm ich denn jetzt? Da am besten wieder rüber. Okay, so zum Beispiel. So, dann gehen wir mal weiter. Boah, ey. Ui. Da fahren einfach mal diese coolen Teile hoch. Ey, das ist ja richtig... Also, mir gefällt dieses Design hier echt gut. Vor allem diese ganzen Mechaniken. Ähm. Was ich jetzt nicht beachtet habe. Muss ich hier zufällig irgendwo hin? Bis jetzt nicht. Oh nein, da beamt sich wieder irgendwas hin. Ups. Was war denn das für Geräusch? Okay, ist tot. Hä? Okay. Ich habe Angst, dass ich hier abstürze. Warum wohl, ne? Weil es da Kilometer weit in die Tiefe geht. Und hier das Ganze auch nochmal. Und hepp. Und hepp. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein Leben zusammen. Oh oh. Hi. Was daneben? Was? Drei Schuss hält der aus. Sonst geht's noch. Okay. Lass uns da reingehen. Ich will noch nicht zurück. Was plätschert denn das? Das ist neu. Sollen wir eben speichern? Oh. Da geht's einfach. Okay. Ich gehe ja schon. Die Nachbarn sind schon böse, dass ich denn deren Grundstück betreten habe. Ich glaube, ich sollte vielleicht das Maschinengewehr nehmen. So, jetzt. Okay, das hat ja geklappt. Hier ist ganz viel Lava. Oh, da kam irgendwas gerade angeflogen. Oh nein, das sind zwei Pflanzen. Alter, wie sieht das Ding hier aus? Da geht's runter. Oh. Das für eine gute Entscheidung war. Oh. Geistige Unbesiegbarkeit. Jetzt muss ich erstmal hier rauskommen. Die kann ich nicht so wirklich benutzen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss ja so weit hochklettern. Oh. Oh. Ja. Das hat nicht wirklich was gebracht. Oh. Das hat mich aber erwischt. So eine verdammte... Äh. Okay. Okay. Greif mich doch an, wenn ich hier noch irgendwo hochkotten gehe. Na los, Tech. Wie fällt der aus? Dieser Schamane ist echt furchtbar. Okay. Das Ultraleben kann ich nicht gebrauchen. Ich hab noch zu viel. Die Frage ist... Ich muss hier doch... Ich muss hier doch... Ja, ich muss zwei Schlüsse finden und einmal das Konozept da. Oh. Bäm's. Oh nein. Nicht du schon wieder. Ah. So, der ist weg. Bäm's. Was? Ich will da nicht runterspringen. Im Moment zumindest noch nicht. Wenig Rüstung. Oh. Ich schade mir gerade selber. Ja. Uiuiui. Da hinten ist noch einer. So. Was gibt's denn da unten? Was? Mist. Ich hab leider die... Was? Wie viel hält die Pflanze aus? Äh. Äh. Muss ich jetzt hier rein? Ah, nee. Hier kann ich rein. Okay.